Wir wollen die Freispiele auch starten, wir wollen die Freispiele starten, ihr könnt weiter abgehen zu den Freispielen, aber wir starten jetzt, wir gehen rein, Setup sieht gar nicht so kack aus, bitte verkack ihn nicht, das sieht eigentlich so gut aus, und alle gehen aufeinander, und direkt der vierte, ja, natürlich, ey, bitte versau ihn nicht, oben zwei beieinander, unten zwei beieinander, bitte, der kann den gar nicht so krass versauen, die gehen zueinander hin, die connecten, das kann gut werden, das kann wirklich gut werden, bitte, please, einmal, ob schon, Nein, geht doch, ihr sollt zueinander gehen und nicht auseinander weg, ich glaube die nochmal mit 109 Bits, äh, Shibi, auch nochmal mit 109 Bits, Dankeschön, okay, orangen gehen dort, gut, macht einmal weiter, Prinze, Mann, trau Konfer, irgendetwas passt, äh, okay, jetzt ist doch nicht Rift danach, nicht Rift gehen, mach weiter, bitte, wer könnte wild werden, mies, Mann, hast die nochmal mit 109 Bits, äh, okay, jetzt ist doch nicht Rift, danach, nicht Rift, mach weiter, bitte, wer könnte wild werden, mies, Mann, hast die nochmal mit 109 Bits, äh, okay, jetzt ist doch nicht Rift, dann kaputt ich glaube auch ich connecte doch einmal was gescheites 168 komm bitte weitermachen nicht aufhören weitermachen wenn die vier zusammenfinden würden das wäre nächstes man aber wir haben keinen belgung ist das gefällt mir von mehr 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 zusammen okay die connect auch noch mal die erzwelle oder multis was macht er denn da der ist schon jetzt gehen nach links 250 gut 160 gut wird jetzt konnektet einmal was für erzbeeren steht elf mal elf erzbeeren ich glaube der ist krass ich glaube der ist krass gut 500 605 euro let's fucking go man weiß alter junge kranker bonus man und er hört nicht auf mach weiter bitte 2 288 das ist mein krass ist der dämmen jahrs bonus die jemals hatte holen die schildmann holen die schild machen mach einfach weiter eins bin haben wir danach noch bitte gehen nicht zu weit auseinander macht bitte weiter kommt und hey das passt hey jemals war die beste entscheidung evermann und ich habe noch eins bin das wichtig bitte connecte noch was die die clapp in den chat würde ich sagen junge nice 1000 x let's go let's go und eins bin haben wir noch bitte kein das bin jetzt kein der es wird kommt mache irgendwas wildes noch mal über 1000 d 1001 x und der spin war sehr sehr wild und die multis sind geisteskrank wenn er jetzt nicht komplett verkackt kann der krass werden man der klappe chat fühle ich komm man bitte Irgendwas noch, nein Irgendwas No Der zahlt auch ein bisschen was, aber wie viel 162 gut Nein, jetzt ist der RIP Oh, aber der war krass Abend gerettet, Shisha auf jeden Fall Holy Shit Holy Shit, Ice Lutz ist die Gang, so ein Ding ist das Direkt 1000x, Comeback Stream Bam Junge, gib ihm Alter Nice Mann, wir haben leider Glücksrad Und alles noch nicht drin, wird alles kommen Holy Shit, Mann, das war krass Das war krass, 2373 Euro Let's fucking go, Mann Oh Baby 28% Believers Correct, again What 28 Oh Belly jump Oh Gun off Ah Ja 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 There it is Guys Good request, Mann Who was it? Someone on YouTube Was it Kevin? I don't know who it was Fuck yeah, Mann 5k, guys And we're not done And we're not done even It was someone on YouTube Requesting this or Drago That's all I know Me It was me Let's go Another one 10 nicks on this one 10 nicks on this one And another scatter What We don't have any multi on it though Those two are connecting Damn, guys 700 900 Oh, we did connect with that one as well Nice Connect Oh my god That pays one It's K I'll spin Ah 12 The dragon Nice It's locked Damn, guys What a win The 28% That did believe Fuck yeah The comeback Bam We have a nice balance now, man 8k Wow 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 Oh, don't mind the names behind the slots there. Those are our moderators. They have been assigned, or they actually requested the games that you see there. So, we can just see, well, today's moderator, who that is. Oh, very interesting. Very, very interesting here. Thank you. Still struggling to get that. Oh, 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 oh. Oh, saved! Beautiful! Die Gruppe, sorry, but we're in a bit of a situation here. There. Look at that! Hey, this is... Okay, what is that? 20,400! Open up essentials! Beautiful! Beautiful! Damn! And we're back up to 46,000! Oh! Oh! Oh, oh, wow, oh, there, please, yes, wow, it's collecting 375, and 50 each spin now. Keep going, keep going, keep going, keep going. Look at that. Oh, my God. 3 eggs. Oh, save us, please, save us. Save us, save us. Oh, what is that? What is that? 3,008, we're just 62. Oh, 10 on all of them? Huge. Okay, multis now, we need multipliers, huge multis. Huge multis. Do you know what? I don't click the bonuses, bro. I don't click him, I just click some of them. I just click a bit. I mean, this you can click, like, look at it. You think you're going to wait for that animation for five hours? Hit! Oh, 20x! 20x one time. Okay, this can be. We need a 20x, guys. We need a 20x zero here. Last one. That's the wrong one, but still. They're all good. Come on, don't turn us now. 10x! Holy fuck! Guys, is this the one? Is this going to be the one? We need a multiplier on the first wheel. We need the multis now. 20x on the last is going to be huge! 2x. Come on, continue. We need a point. Oh, continue for a point! Oh! 10x to 1600! What the fuck? Holy fuck! Oh, more on the real one! One more multi on one! Multi! Oh! Oh, multi on one! Multi on one! Might be a multiplier instead! Come on, just fucking do it! Multi on one, one time! Multi on one! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! That's a 3.2kx! Oh! What the fuck? Multi on one! Multi on one! Multi! 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 Come on, hit! Look at this win! 4.1 KX! Oh mein Gott! Take your points, take your points, take your points, take your points! More points, more points! How much is that?